Da krautschen wir mal mit dem Informanten, ne? Hast du denn das auch meine Sonne? Hey, du bist von DedSec, stimmt's? Ne klar. Seh ich. Du hast diesen harten Look. Super wie Albion in den Arsch tretet. Echt geil. Diese Albion Penner sind schuld, dass eine Menge dieser Leute hier draußen sind. Keine Jobs. Keine Wohnung. Noch schlimmer, Albion hortet Vorräte. Essen und Klopapier und was nicht sonst noch ist. Klopapier, das kennen wir. War alles eigentlich für Asyl und Suppenküchen gedacht. Und sie reißen es sich unter den Nagel. Ja, da können wir was tun. Sag uns, wo sie die Vorräte lagern und wir kümmern uns drum. Moment mal, Bro. Darum geht's mir nicht. Das müssen wir selbst machen, okay? Uns die Hände schmutzig machen, so wie ihr es uns gezeigt habt. Aber du könntest verhindern, dass uns die Albion sollten an die Köpfe einschlagen. Für Ablenkung sorgen. Ich hab da ein geiles Teil für dich. Du bretterst durchs Viertel, wir machen die Arbeit. Bist du dabei? Das klingt doch ganz witzig. Need for Speed oder was? Was gibt's denn hier? Albion sucht gut Kandidaten. Bei mir gibt es weitere Informationen. Okay. Sind die Kalle, ja? Okay, Bro. Wir sind in Position. Bereit? Hau rein! Nieder mit ihnen! Albion-Söldner! Raus aus Hamlets! Je schneller du durchs Viertel heizt und je mehr Chaos du verursachst, desto besser. Wenn du langsamer wirst, verliert Albion das Interesse und ist den Thronz her. Du musst um jeden Preis ihre Aufmerksamkeit erreden. Das ist alles? Kein Problem! Ganz genau! Ich spiele nicht nach euren Regeln! Ender! Jawohl, komm nie! Zündunghauer! Ender! Abkommt! Klasse Rübung! Rübung! Erhebt euch gegen die Unterdrücker! Erhebt euch gegen die Unterdrücker! Erbion, schädt Angst! Wölk uns in die Knochen! Erbion-Söldner! Runter von unseren Stadten! Das ist nicht mehr! Weiter so! Ihr räumt ja alles aus! Jeder Erbion-Soldat im Stadtteil ist hinter dir her! Liefern wir ihnen eine Show, ja? Auf bloße Mitte, meine Sonne! Erbion läuft Maren an! Sie nehmen den Bedürftigen die Vorräte! Euch! Scheiße! Bremsen! Bremsen! Dann haben wir doch! Kein Stress, meine Sonne! Hilfe 2! Ich bin Söldner, jetzt nicht und dann! Gebt euch mit uns! Gebt euch Erbion nicht geschlagen! Nice! Schiff! Hilfe 3! Geil! Ui, ja! Linkerchen Arsch! Was ist jetzt dein Amst? Was ist jetzt dein Amst? Fetzt das mal, darf ich sagen. Ich rufe euch alle auf! Erhebt euch! Mit Captain Elvie ist wir gemeinsam! Wir haben fast alles, Bro! Mach weiter! Wir werden dir und allen anderen im Viertel eine Show liefern! Wunderschön, na, Show geht doch nicht! Ja, genau! Da war eine Karre, du Birne! Ja, da war ich noch! Wir wollen eine Zeit in unserem Schaden! Wir wollen eine Zeit in unserem Schaden! Wir wollen eine Zeit in unserem Schaden! Werd euch! Oh, du Zieldurchfahrt! Was ist geschafft? So, jetzt ist es easy going! Außer, dass wir mal kurz zwischen den den U-B-Glitch haben und der Grafik mal wieder. Legt sie ran, Deck-Sack! Dauer-Hamlet! Dauer-Hamlet! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Das war der Hammer! Ist mir sogar scheißegal, dass mein fahrbarer Untersatz am Arsch ist. Wir haben alles aus dem Lagerhaus geholt. Und die Leute wissen, was Elvian unter Verschluss hatte. Damit holen wir alle aus der Gegend an Bord, weißt du? Genau das wollen wir. Dass die Leute verstehen, dass sie sich wehren können und müssen. Albion ist nicht unbesiegbar. Vergiss das nicht! Ich versteh die schon, Bro. Verliert meine Nummer nicht, Deck-Sack. Macht's gut. Schöner Tower-Toucher. Nice! Wie der schön aussieht, verabschiedet mich aus dem Video und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!